Mein Ziel ist einfach. Es ist das vollständige Verstehen des Universums. Warum es so ist, wie es ist und warum es überhaupt existiert. Wenn Aliens uns jemals besuchen sollten, denke ich, ist das Ergebnis so wie bei Christopher Columbus und seiner ersten Ankunft in Amerika, was nicht sonderlich gut für die amerikanischen Ureinwohner ausgegangen ist. Der größte Feind des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion, wissend zu sein. Wir laufen Gefahr, uns aus Gier und Dummheit selbst zu zerstören. Zu fragen, was vor dem Beginn des Universums war, ist so sinnlos wie die Frage, was ist nördlich vom Nordpol? Das Leben wäre tragisch, wenn es nicht lustig wäre. Die größten menschlichen Errungenschaften sind durch Kommunikation zustande gekommen. Die schlimmsten Fehler, weil nicht miteinander geredet wurde. Wir alle sind nur eine weiterentwickelte Art von Affen, auf einem unbedeutenden Planeten eines sehr durchschnittlichen Sterns. Aber wir können das Universum verstehen. Das macht uns zu etwas sehr Besonderem. Arbeit gibt deinem Leben Sinn. Ohne Arbeit ist dein Leben leer. Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen. vocail-diversos Musik 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 Musik